Hey Freunde, willkommen zu einer Top Neuheit 2022 von Albert Feuerwerk, beziehungsweise einer Unterfirma von Funke, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben wieder hier eine Top Verarbeitung. Als erstes, es geht um Feuertöpfe. Wir haben Feuertöpfe mit Neonsternen, sprich wir haben 10 in der Packung, 5 mal den Lemon Pink und 5 mal den Aqua Orange. Der Aqua Orange hat eine NEM von 12 Gramm und der Lemon Pink dürfte auch 12 Gramm haben, genau. Also beide 12 Gramm. Wie gesagt, 10 Stück sind in der Packung. Preislich liegen wir hier, glaube ich, bei 6,99. Ich müsste aber nochmal schauen. Gekauft wurden sie bei Röderfeuerwerk, genau. Röderfeuerwerk ist übrigens unten verlinkt. Wenn ihr mal schauen möchtet, schaut ruhig mal vorbei. Sie haben ein sehr großes Angebot und auch sehr faire Preise. Ansonsten gibt es zu diesem Paketje nichts weiter zu sagen, als wie Let's Go zur Zündung. Albert Feuertöpfe, zuerst die Orangenen, glaube ich, dann die Roten. Weiter, 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 höre. Warum nicht vor, Frau Röderingang? Kleine Quirkingwunnen. So sollten sie eigentlich sein. Ja. Der Funkenflug ist natürlich nicht so schön für die Wiese. Mal aufpassen, sobald es da unten leuchtet, brennt es, müssen wir rumrennen. Ja. Der Funkenflug ist heftig. Mal aufpassen, wie geht's Go.